Hier unglaublich gerne in den Sportstudios und Rennsport, Zumba, wer ist beim Zumba verloren? Macht das jemand? Kann das jemand sagen? Eine Frau? Nein, nein, Renate, doch nicht. Was ist mit euch? Kein Erobing, keine Zeit und nur eine Herdplatte wird gezumbahnt, ne? Aber kennt ihr denn Zumba? Wisst ihr, was das ist? Ja? Also ich kannte es noch nicht, aber wir lernen es jetzt gemeinsam kennen und immer mehr. Unsere Radio-SRW-Tanzer sind da. Und wir versuchen gerade den gemeinsamen Zumba-Spaß und wenn es aber immer noch so ein bisschen frostelt, dann können wir das versuchen mitzumachen. Die Ellie ist unsere, wie sagt man, Instruktorin, ne? Instruktorin, yes. Wir streiten uns auf. Also wir machen eine Choreografie praktisch, aber ich zeige euch kurz die Schritte, die wir in diesem Song tanzen. Und zwar, einmal ist es zack, zack, hoch, hoch, zack, zack, hoch, hoch, zack, zack, hoch, hoch, zack, zack, hoch, hoch. Das Ganze machen wir viermal nach vorn. Einmal zur Seite, einmal zum Publikum mit dem Rücken und wieder zur Seite und wieder nach vorn. Das ist schon ein Rentspruchsvoller jetzt. Dann machen wir einen ganz einfachen Schritt. Zwei zur Seite, zwei nach rechts, zwei nach links und zwar zack, 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 klatschen, zack, 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 klatschen, zack, 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 klatschen. So, dann haben wir noch eine Schritt und zwar vor, 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 zur Seite, zack. Ihr habt gesehen, ich wäre schon von zwei Blondinen ausgelacht hier. Ich habe euch genau gesehen. Jaja, jawoll. So, dann zur Seite, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hoch und da. Hoch und da. So und ein Schritt kommt noch. Nur zwischendurch. Zack, 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 zack. Und zur anderen Seite. Zack, zack, zack. Zack, zack. Das kennst du nicht, jetzt? Und zu Hause. Mach mal hin. Zack, zack. So. Und dann geht's los. Zack, zack, zack. Können wir das ein bisschen lauter machen? Zack, zack. Und zur anderen Seite. Noch zweimal. Und zur Seite. Zur Seite. Achtung. Tacata. La gente bailando el Tacata. Todo el mundo gritando. Tacata. Suba el volumen del Tacata. Momentos pulitos. Tacata. También el pechito. Tacata. Tomá la esa pieza. Tacata. Und pasa. Una vez más. Und das ist eigentlich auch so. Ich hab noch vollkommen, dass ich die Uhr auch richtig gerne. Ich hab die Uhr gezielt, oder? Ja. Machst du mich alle weg? Achtung! Und noch einmal. Noch einmal. Zur Seite. Okay. Den finde ich das. Den mache ich ganz lang. Und zur Seite. Und die Hörste. Achtung! Kaffee! Und die Hörste. Und zur anderen Seite. Ja. Ja. Ich hab die Hörste. Ich hab die Hörste. Ja. Ich hab die Hörste. Oh, das war's! Oh, das war's! Oh, das war's! Boah! Überlebt! Ich hab gedacht, ich werde hier unten verzeihen! Oh, es geht! Das ist gut gemacht, ne? Aber ich will sagen, das ist vielleicht alles noch runter. Ich brauche jetzt was zu essen! Ihr habt doch ganz toll mitgemacht! Ich hab das super gemacht! Dankeschön, die Radio-Savetanzer! Wir haben super Spaß! Familien-Fahrrad-Fest! Das ist die Wortkreation, die wir seit einigen Jahren immer im Frühling